Musik Das wohl wichtigste im Video zu dem Song ist die Choreo. Die muss echt sitzen, denn ohne wäre es wirklich fad. Also haben wir schon lange vor den Dreharbeiten angefangen sie einzuschudieren und haben geübt und geübt. Wie ist es möglich? Wie ist es möglich? Komplett enttäuscht. Außer gibt es alle den Arme und dann hat sich das alles gestoppt, ich denke auch. Und wir haben jede Pose entschieden, was besser ausschaut in der Gruppe und so. Und unsere Choreografin hat uns dabei sehr geholfen. Das ist süß. Das ist nach vorne. Das heißt, du kannst raus machen. Soll ich nichts vom Ausdruck machen? Wegschau und nicht vergessen. Ja. Dein Entwurf. Entschuldigung. Am Anfang müsst ihr hoch springen, sonst legt das nicht. Und noch ein Durchgang. Das Schöne beim Trainieren und Üben ist, es wird immer besser. Naja, hoffentlich. Okay, jetzt darf ich euch noch kurz vorstellen und zwar die Denise. Hallo. Die Selina. Hi. Oder auch Redel genannt. Und die Choreografin Stephanie. Oder Steffi. Ich nenn sie lieber Steffi. Und die Redel nenn ich lieber Redel und die Denise nenn ich Dennis. Ja. Okay, wir sind der neue Squad hier. Okay, Leute. So, die Choreo sitzt jetzt eigentlich schon ziemlich gut. Jetzt kommt aber noch eine Steigerung dazu. Und zwar das Ganze auf Rollschuhen. Glaubt ihr, kriegt ihr das hin? Ich hab denen gesagt, sie müssen üben. Habt ihr geübt? Serva. Serva? Ja. Okay, gut. Naja, so schwer wird es dann auch nicht. Aber erstmal aufwärmen und ein paar Runden drehen, bevor wir dann die Bewegungen auf den Rollen einstudieren. Okay. Das Ganze kommt auf der Runden. Okay, dann geht's das einfach mal auf. Okay. Ich hab dann mit der Runden. Das Ganze ist einfach ganz schön. Aber ich kenne sie nicht. Ein bisschen was, wenn man sie nicht immer noch eine Gemüche anbund hat. Naja, dann geht's das Ganze. Das ist ganz schön anstrengend. Das ist jetzt halt dann doch schon was anderes auf Rollen als ohne Rollen. Weil halt den Schwung holen, ständig im Fahren bleiben und so und vorher einfach nur Schritte machen. Das wird schon ein bisschen anders, aber wir kriegen es hin, oder? Wir kriegen es hin. Okay. Wir haben die Choreo geübt und geübt. Nicht nur auf Rollschuhen, sondern auch in Schuhen, auf dem Sportplatz und in der Wiese. Ich bin sicher nicht das Loser Girl, das nur zu Hause hockt. Ich brauch den Überschall, damit mein Leben räumt. Ganz egal. Ich bin bereit. Tortini-Sommerzeit. Bei der Choreo habe ich mir gedacht, dass ich etwas machen möchte, das sehr fröhlich ist, sehr sommerlich. Ich hatte halt bunte Farben im Kopf und wollte einfach etwas machen, das Lust auf mehr macht. Auf Sonne, auf Strand. Ganz egal. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Tortini-Sommerzeit. Der Himmel blau. Wir stehen nicht weit. Tortini-Sommerzeit. Also der Kick war toll. Oh. Weißt du schon, was du gemacht hast? Ja. Nein. Vielleicht können wir irgendwie so zu einer Wache zulaufen und so. Ja, irgendetwas cooles oder so drehen. Oder wir stoßen in die Donau. Ja. Perfekt. Die Sterne nicht krass. Aber für das Video gab es noch viele andere Sachen zu tun. Ich musste dringend meine Rollschuhe überholen und aufpäppeln. Dazu bin ich noch schnell in den Skaterladen gegangen. So, für den Videodreh habe ich mir jetzt noch schnell neue Rollen gekauft. Weil von meinen Rollschuhen jetzt derzeit sind die schon ganz schön abgenutzt. Weil ich da auf der Seite auch manchmal mit denen bremse. Und ich habe jetzt echt coole gekauft. Schaut mal. Sind die nicht mega cool? Ich meine, so ein cooles Pink. Und dann hat das auch noch dieselbe Farbe wie meine Schnürsenkel. Also das passt richtig gut. Und die müssen ja gut aussehen für das Video. Und wie sie dann letztendlich ausgesehen haben, seht ihr ja im Video. Oder ihr klickt hier oben auf den Link. So und jetzt lasse ich mir meine Haare noch auffraschen. Okay, also ich möchte einfach nur ein bisschen die Spitzen wieder nachgeschnitten haben. Weil das schaut nicht mehr so schön aus. Und dann die Stirnfranzen wieder nachschneiden. Weil die sind schon recht lang. Ja. Wieder so wie letztendlich in der Nasenhöhe. Ja. Genau in der Nasenhöhe. Und in der Gesamtlänge. So ist die Haare? Ja. Dann machen wir das. Gut. Dass du die schöne Asche aufschraubst. Haare waschen mit Maske, weil sie muss oben bleiben. Aber von den Ohren ist sie weg. Dann muss ich sie halten. Ja, das finde ich was wir tanzen. Ja. Ich weiß, dass sie so mühsam mit dem Maskenladen sind. Ja. Es ist irgendwie anstrengend, die die ganze Zeit zu haben. Ja. Besonders im Center hier. Weil auf der Straße kannst du sie ja kurz abnehmen und irgendwie durchatmen. Aber hier musst du sie halt ständig aufhaben. Ja. Weil Leute da sind. hier sind. Er spricht. In die gleichen Colombian die. Da gab es mir Anti。。 Woh! Sehr schön. Ja, gut. Dankeschön. Ja, davor waren sie schon so richtig an meinen Kinn angepasst. Das ist so langweilig. Dankeschön. Jetzt bin ich super gestylt für das Video. Apropos Styling. Für die Promotion des Songs haben wir natürlich etliche Fotos von uns gemacht. An die Entstehung eines dieser Fotos kann ich mich noch genau erinnern. Das war nämlich gar nicht so leicht in die entsprechende Pose zu kommen. Zumindest für manche von uns. Das ist geil. Wie war die Hälfte so hoch? Ja. 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 Rädel, rädel, rädel. Okay, nochmal. Komm. Let's go. Und noch was musste ich in Sachen Styling unternehmen. Die Organisation und Designs unserer Outfits. Hallo. Hallo. Sehr gut, danke. Ich bin hier um die T-Shirts abzuholen fürs Video. Oh mein Gott, sehen die cool aus. Ja, nochmal ein Knoten T-Shirt. Sehr cool. Also die Farben sind sehr grell drauf. Das gefällt mir sehr gut. Und da ist der Tasche auch nochmal. Boah, das sieht schon mega aus. Also das sind sehr schöne Pastellfarben. Sehr cool. Und das ist das Melonen T-Shirt? Genau. Das ist schon sehr cool. Sieht sehr cool aus. Besonders auf dem Grau kommt das sehr gut raus. Und das gibt es auch in allen Farben wieder, gell? Genau, richtig. Ja, richtig, ja? Ja. Okay, gut. Wo ist mein Baby? Die Jeansjacke. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Wow. Also muss ich mir jetzt hier erstmal genau anschauen. Also wow. Also die Farben sind mega drauf. Also das ist sehr cool. In einem sehr schönen Zitronengelb. Gefällt mir, ja? Ja, das ist ein sehr schöner Zitronengelb. Ah. Ja, da auch? Ja, genau. Das ist ein Rollschuh. Okay, das kommt ganz so draus. Genau. Sehr cool, sehr cool. Und das ist der große Rollschuh. Das habt ihr sogar eingestickt. Wahnsinn. Und dann auch in so schönen Farben. I love it. Und dann der große Rollschuh. Das ist schon sehr cool. Das muss ich direkt mal probieren. Wow. Oh mein Gott. So happy. Hui. Aber die ist auch mega angenehm von innen. Sehr cool. Also ich liebe sie. Danke schön. Danke schön. Das heißt, mit den supercoolen neuen Outfits sind wir ready für den Teenie Outfit Check. Danke Andreas. Bitte. Tschüss. Und los geht's. Ja. Ich brauche den Überschall damit mein Leben raumt. ganz egal. Ich bin bereit zur Teenie Sommerzeit. Der Himmel blau, Sterne nicht weit. der drehtag war eine echte herausforderung wir konnten die choreo 2 inzwischen schon gut aber irgendwie ist mir nicht alles so gelungen wie ich das wollte was gibt es für ein problem wir müssen die choreo noch ein bisschen adaptieren deshalb sind wir noch mal ein paar sachen durchgegangen hoffentlich klappt es jetzt jetzt schaffen wir es na wer sagt Ja, dann war da noch der Dreh in der Spielehalle bzw. Bowlinghalle. War schon ganz lustig dort. Besonders, als es unser Kameramann rückwärts in einen Spielautomaten reingelaufen ist. Keine Angst, beide haben es heil überstanden. Nach den Takes in dieser Location haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, noch ein paar Runden zu zocken. Wann ist man schon mal ganz alleine in solch einer Automatenhalle? Ja, dann war da noch der Dreh am Donaukanal. Wobei es hat manchmal so ausgesehen, als würden wir vor lauter Radfahrer zu gar nichts kommen. Schon wieder einer. Eigentlich wollten wir nur diese Szene hier drehen. Bis wir dann aber mal freie Bahn hatten, benötigten wir 33 Anläufe. Warum klappt das nicht? Ne, die nehmen einfach keine Rücksicht. Ich hab manchmal, dass ich nicht mal jemanden schronen lassen. Ja, die Fahrräder sind sehr nervig. Ja, aber es ist egal. Es geht schon. Ah, jetzt! Ich würde sehr gut sagen. Idiotisch. Jetzt aber. Nö, wieder nicht. Und dann kamen da auch noch welche von der anderen Seite. Ach Gott, bitte nicht allein. Stopp, stopp, stopp. So, jetzt aber. Endlich. Haben wir den Nehmen? Bernie. Bernie wie Bernie. Die Geschichte war endlich im Kasten. Nach all dem Stress gönnen Dennis, Redel und ich uns mal ein Eis. Das haben wir uns echt verdient. Übrigens, habt ihr es bemerkt? Ich habe nur noch einen Rollschuh. Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber mein lieber Bruder Timmy bringt mir den anderen Rollschuh hinterher. Den habe ich nämlich auf der Location davor liegen lassen. Und Schnürsenkel fädelt er auch noch ein. Sehr lieb. Bleiben Sie noch da? Okay. Ja, es hat kurz geregnet, aber es ist jetzt schon wieder die Sonne da. Aber auch nicht lang. Aber jetzt hat der Sand so eine Konsistenz und dass man Sandbogen bauen kann. Ich bin immer so weit. Ja. Willst du ein? Nein. Das Eis hier bei der Blumenwiese schmeckt fantastisch. Eins, zwei, drei. Kick. Nice. Das ist auch eine Rolle. So, dann ging es endlich los für unsere letzte Aufnahme. Und wer sich fragt, was wir so reden, wenn man uns nicht hört, hier ist die Antwort darauf. Und wie geht es dir so? Hast du was zu erzählen oder bist du komplett langweilig? Ja. 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 Aber das seht, wenn ich da gewohnt oder wie. Ja. Ja. Falsch. Mal. Nein. Wie die umgefallen ist. Hi. Hast du das nicht gelesen? Übrigens, diese Szene hat es nicht ins Video geschafft. Aber hier trotzdem nochmal für euch. Ganz exklusiv. Wir stellen nicht weit zur Teenie-Sommerzeit. Ganz egal. Ich bin bereit zur Teenie-Sommerzeit. Der Himmel blau. Wir stellen nicht weit zur Teenie-Sommerzeit. Und damit war das Video fertig. Reef los! Wir did it! Wir did it! Wir did it!